Ein ganz großer, wichtiger, aber auch wichtiger Schritt für die Verbesserung der Bürgerservices in unserer tutterbaren Wissenschaftsstelle Amstatt. Und deswegen freue ich mich sehr über Ihr Interesse. Ich wünsche insbesondere die Kolleginnen und Kollegen vom Bürgerratungsamt, aber auch den Bürgerraufstab und allen anderen, die Sie hier nutzen, dass Sie sich jetzt wirklich freuen können, im modernen und zeitgemäßigen Arbeiten setzen, dabei zu sein mit den Bürgern und Bürgern, dass Sie sich freuen, und wenn Sie sich hier in der Zukunft haben. Ein modernes, schönes Bürgerraufstab und man ist auch gleich dabei.